Für eine Kurzintervention hat Herr Kollege Merz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich herausgefordert oder provoziert gefühlt, mich zu Wort zu melden wegen dieses hohen Liedes des Marktes. Dass die Kollegin Klaff-Össelmann hier eben angestimmt hat, und dass auch ein bisschen René Rock angestimmt hat. Ich will nur darauf hinweisen, dass es Bereiche der menschlichen Tätigkeit gibt, die Marktstrukturen zugänglich sind, und es gibt Bereiche, die bedürfen einer stärkeren Regulierung. Ich glaube, dass alles, was im sozialen Bereich gehört – ich sage das jetzt mit aller Zurückhaltung, weil es auch nie absolut stimmt –, dass alles, was im Sozial- und Gesundheitsbereich gehört, jedenfalls nicht einer vollständigen Marktregulierung unterliegt und unterliegen darf, weil es keine Märkte sind wie alle anderen. Wir reden hier nicht über die Produktion von Schrauben, sondern wir reden hier über die Pflege von kranken und alten und hilfebedürftigen Menschen. Sie könnten mit derselben Begründung übrigens auch alle Standards im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu den Akten nehmen. Sie könnten alle Standards des Kinderförderungsgesetzes zu den Akten nehmen und sagen, das wird der Markt schon regeln. Wir wissen, dass er das nicht tut, weil erstens den Markterwägungen, wie sie hier, eine entscheidende Rolle spielen, nämlich die Frage auch von menschlicher Zuwendung und manches, was damit zu tun hat. Kollegin Wiesmann wurde ja nicht müde und nicht zu Unrecht, über Bindung in diesen Fragen zu sprechen, dass das in einer Marktkalkulation aber nun gerade überhaupt keine Rolle spielt. Frau Kollegin, wenn wir uns darüber einig sind, ist ja gut, dann können Sie hierherkommen und das klarstellen. Ich warne davor und widerspreche heftig einer einseitigen Marktlogik im Bereich der sozialen Arbeit und insbesondere in dem Feld der Alten- und Krankenpflege, über das wir hier reden. Vizepräsidentin Heike Habermann Kollegin Klaff-Ibselmann, möchten Sie erwidern? Vielen Dank. – Dann hat als Nächster das Wort Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN, Kollege Bocklet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, über zwei Dinge sind wir im Hause doch uns einig, nämlich dass wir alle hier im Hause wollen, dass ältere Menschen, dass pflegebedürftige Menschen die bestmöglichste Pflege bekommen, und zwar ambulant vor stationär, also beste Pflege, ob sie das zu Hause sich wünschen oder ob sie in eine stationäre Einrichtung gehen. Wir alle, glaube ich, das sollte uns doch einigen wollen, mit einem Ziel daran arbeiten, dass die Pflege und die Pflegekräfte bestmöglichst ausgestattet sind. Wir wollen eine höchstmöglichste Konzentration in die Qualität für die Menschen, die gepflegt werden. Das sollte uns doch gemeinsam einen. Die Frage, die die Linkspartei heute aufgeworfen hat, ist die Frage, ob dieses Ziel tatsächlich befriedigend verfolgt. Ist es so, dass die Landesregierung das, was in ihrer Macht Stehende tut, tatsächlich vorhanden, oder ist man der Meinung, dass man noch mehr tun kann? Ich finde, das kann man tatsächlich diskutieren, muss man diskutieren, und man muss auch nachweisen, was passiert ist. Frau Klaff-Isselmann hat zu Recht gesagt, was die Bundesregierung gemacht hat. Da war auch die SPD beteiligt. Das sind also nicht alles nur schlechte Gesetze, ganz im Gegenteil. Die Pflegegesetze haben deutliche Fortschritte gebracht, deutliche Vorteile gebracht. Das kann man auch hier sagen. Es kommt jetzt darauf an, wie das Land seiner Verantwortung gerecht wird. Die Vorbemerkung, die natürlich gestattet sein muss, ist, ja, wir haben ein Problem bei den Fachkräften, und zwar haben wir einen Fachkräftemangel in den Berufen Erzieherinnen und Erzieher, bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei Polizisten und ja, auch bei Pflegerinnen und Pflegern, ob im Krankenhaus oder in der Altenpflege. Ja, wir haben diesen Fachkräftemangel. Deswegen gibt es auch eine Fachkräftekommission der Landesregierung, die im vielfältigsten Expertinnen und Experten mit Akteuren, Initiativen, Institutionen und Organisationen zusammensitzen und sich genau diese Frage stellen, wie wir den Fachkräftemangel beherrschen und in den Griff bekommen. Ich glaube, das ist keine billige Ausflucht, zu sagen, das ist eine komplexe Angelegenheit und schon gar nichts geht mit schlechten und schnellen Lösungen. Man muss hart daran arbeiten, und es liegt auch am Ende daran, ob wir Menschen überzeugen können, diese Berufe zu übernehmen. Mit der vorgehaltenen Pistole wird niemand eine Lehrstelle für Erzieherinnen oder Altenpflege übernehmen, sondern die Anreize und die Arbeitsverhältnisse müssen stimmen. In diesem Gesamtkontext haben wir ein Problem. Ja, in der Tat. Wir haben gleichzeitig in dem demografischen Wandel immer weniger junge Menschen. Wir haben gleichzeitig immer mehr ältere Menschen. Wir haben ein Problem, das die Fachkräfte betrifft. Wir böse Zungen könnten sagen, wir hätten schon längst einmal über ein Einwanderungsgesetz nachdenken müssen, der genau diese Fragen regelt, wie man Fachkräfte tatsächlich sich zuwendern lässt. Aber vielleicht gelingt es ja einer zukünftigen Bundesregierung, diese Frage endlich befriedigend zu regeln. Wir haben also bei der Frage, was das Land tun kann, finde ich es sehr wichtig, Folgendes zur Kenntnis zu nehmen. Bei der Frage der Ausbildungszahlen haben wir im Jahre 2017 – das wird aus der Antwort auf die Kleine Anfrage an Sie, Frau Abg. Schott, klar – einen historischen Höchststand bei den Auszubildenden in den Altenpflegeberufen – über 5.300 Altenpflegeausbildungsstellen, die das Land fördert. Noch vor 2015 waren es etwa 4.052, wie auf Seite 3 nachzulesen ist. Das ist also einen doch deutlichen Anstieg. Aber auch hier ist es, nur weil man am Gras zieht, wächst es nicht schneller. Man kann also diese Angebote schaffen. Man kann dafür Sorge tragen, dass diese Obergrenze von Schulplätzen aufgehoben wird. Auch das hat die Landesregierung schon 2012 getan. Schließlich hat sich die Schulgeldpauschalen zum 1. Januar 2016 noch einmal deutlich erhöht. Die Frage, ob das Land besser und schneller helfen kann, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, ist befriedigend beantwortet. Wir können auch 10.000 Schulplätze finanzieren. Sie müssen sowieso besetzt werden. Also ist die Frage, wenn man leerstehende Schulplätze hat, nutzt es einem auch nichts. Aber es gibt einen historischen Höchststand an Ausbildungsstellen. Das ist auch ein gutes Signal, dass die Landesregierung unterstützt, dass mehr ausgebildet wird. Wir haben dann die zweite Frage, ob die Ausbildung attraktiv ist. Ich finde die Beschlüsse auf Bundesebene wegweisend richtig. Die Pflegeausbildung wurde reformiert. Ich glaube, das macht den Pflegeberuf später attraktiver. Diese Aufgabe ist auch erfüllt. Die Frage, die Sie ansprechen, die Personalmindeststandards. Ja, ich bin darüber aufgeschlossen, zumindest nachzudenken, im Gegensatz zu Herrn Kollegen Rock. Ja, es ist immer eine Abwägungsfrage, wie stark kettet man sich an bestimmte Standards, die man später unter Umständen nicht erfüllen kann. Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion bei der Jugendhilfe, wo Sie gesagt haben, wir brauchen Mindeststandards in der Jugendhilfe, um dann eine halbe Stunde später zu sagen, die Standards erdrücken uns in unserer Arbeit. Diese Ambivalenz haben selbst die Träger. Das wird auch hier so sein. Dennoch muss es eine Abwägungsfrage sein. Ich weiß, dass die noch geschäftsführende Bundesregierung und auch die Bundesregierung lange mit den Akteuren der Altenpflege diskutieren, dass es tatsächlich eine Bundesverordnung gibt. Wir haben darauf gewartet. Wir warten immer noch darauf. Vielleicht gelingt es auch da der Bundesregierung, der Neuen eine Bundesverordnung zu machen. Auch in Hessen läuft die Diskussion darüber, ob so einen Personalmindeststandards Sinn machen und wie sie Sinn machen. Da kommt es dann aufs Kleingedruckte an. Man darf nicht das zerstören, was Herr Rock wiederum zu Recht anspricht, dass man Flexibilität braucht, um die Probleme in den Altenpflegeheimen zu lösen. All das ist der Punkt 2. Sie sprechen zwei weitere Dinge an, also ein Mindestlohn bei 14 €. Ich meine, warum man diesen Beruf dann rauspickt und warum man nicht andere nimmt, das war Ihr zweiter Vorschlag, der LINKEN. Der Dritte war eine Bürgerversicherung. Dem bin ich auch sehr aufgeschlossen gegenüber dieser Diskussion. Aber sie hat natürlich nur sehr äußerst indirekt mit der Frage, was zu tun, was sich in hessischen Altenpflege oder der hessischen Pflege verbessern kann. Frau Klaps-Issenmann hat das, wie ich finde, sehr schön ausgeführt, eine Fülle von Maßnahmen eingeleitet. Der Pflegemonitor sei hier noch einmal erwähnt. Ich finde es wichtig, dass dadurch die professionelle Pflege engmaschig begleitet wird. Der wachsende Bedarf an Pflegekräften in allen Versorgungssektoren, insbesondere bei der Altenpflege, wird so ganz schnell erfasst. Man kann mit regionalen Dossiers tatsächlich noch einmal nachgehen, was man nachsteuern kann. Ich finde das tatsächlich richtig. Sie haben es angesprochen. Gemeinsam mit dem Bildungswerk der hessischen Wirtschaft, der AOK und anderen ist noch einmal verunterschiedlichste Initiativen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen worden. Die Fachstelle für Wohnberatung bei der Arbeit der Wohlfahrt, die Pflegemedaille, eine Broschüre, was kann man tun. Es werden eine vielfältigste Art und Weise Maßnahmen eingeleitet, um das Thema Pflege bekannter zu machen, Pflegeberufe attraktiver zu machen, die Pflege tatsächlich zu verbessern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich selbst war im Vorstand des Frankfurter Vereins für Altenpflege. Wir hatten damals schon die großen Probleme, Fachkräfte zu finden. Wir hatten damals schon Probleme mit der Qualität. Aber man muss es auch klipp und klar sagen, das ist ein Prozess. Wenn dort Menschen arbeiten, werden dort auch Fehler gemacht. Wenn wir über den Fallmühlheim reden, wenn ich das einmal sagen darf, über die Missstände in diesen Pflegeheimen, haben wir es nicht mit einem x-beliebigen Träger zu tun. Das war das Deutsche Rote Kreuz. Das ist ein an sich durch und durch guter Träger. Trotzdem sind diese Missstände aufgetreten. Trotzdem haben diese Menschen so unverantwortlich gearbeitet, wie sie getan haben. Aber an irgendeinem Tag wird das natürlich auch richtig sanktioniert. Das wurde auch korrekt nachgegangen. Ich dachte, selbst unangemeldete Besuche gibt es viel weniger. Es gibt dauernd unangemeldete Besuche zur Contrello der Qualität. Niemand von uns will dem Risiko ausgesetzt sein, von bösartigem Personal betreut zu werden, weder zu Hause noch im Heim. Ich glaube, in diesem Punkt kann man den Aufsichtsbehörden wenig Vorwürfe machen. Aber man muss auch klarmachen, dass es eine unglaublich hohe Verantwortung ist von diesen Menschen, die dort arbeiten, und diese Situation nicht auszunutzen. Das ist oft so, wenn Menschen ihren Helferinnen und Helfern ausgeliefert sind. Wir müssen eine Kontrolle stärker ausüben. Ich glaube aber, dass die Instrumente, die wir haben, tatsächlich nicht so schlecht sind. Man muss darüber nachdenken, ob man noch mehr Kontrollpersonal öfter in solche Heime bringt. Über diese Ideen bin ich sehr aufgeschlossen. Darüber muss man nachgehen. Wenn man sieht, wie viele Tausende von Menschen gepflegt werden, wie viele Tausende von Pflegepersonal wir dort einsetzen, machen dort eine hervorragende Arbeit. Sie unterstützen dort Menschen, die Hilfe brauchen. Ich glaube, alles in allem sind wir in Hessen sehr gut aufgestellt. Aber ich glaube, dass es uns alle fünf Parteien hier benötigt, um diesen Beruf nicht schlecht zu reden, die Situation nicht zu dramatisieren, sondern um nüchtern und sachlich daran zu gehen und zu sagen, wir wollen Schritt für Schritt den Ausbildungsberuf und den Beruf attraktiver machen, die Qualität in den Heimen besser machen. Wir wollen am Ende des Tages, vielleicht trifft es uns alle selbst, auch wirklich gute Pflege. – Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank. – Das Wort hat Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben eine schwierige Fachkräftesituation in der Altenpflege. Dieser Befund ist eindeutig und muss nicht wegdiskutiert werden. Wenn Frau Dr. Sommer hier Zahlen genannt hat, im Hinblick auf die Fragestellung des Bedarfs, bezieht sie sich auf den Hessischen Pflegemonitor. Das ist ein Instrument, das es nur in Hessen gibt. Ohne dieses Instrument wären diese Zahlen überhaupt nicht präsent. Sie sind auch präsent für die einzelnen Landkreise und für die einzelnen Städte, weil sich das in den Regionen auch sehr unterschiedlich darstellt. Es zeigt über Jahre hinweg, wir haben jetzt den fünften Pflegemonitor, wir haben Daten von zehn Jahren. Damit sind sie auch ausgesprochen aussagekräftig. Aber sie zeugen auch davon, dass wir dieses Thema nicht wegnuscheln, in Anführungszeichen, als Hessische Landesregierung, sondern offensiv angehen. Weil wir als allererstes Transparenz über eine Situation schaffen, die uns alle beschäftigen muss. In einem zweiten Schritt müssen dann die Fragen gestellt werden, welche Rahmenbedingungen und welche Befugnisse letztendlich eine Landesregierung haben oder welche Einflussmöglichkeiten, an dieser Stelle tätig zu werden, um Abhilfe in den verschiedensten Bereichen zu schaffen. Das Erste, was ich von vornherein sage, sind zwei Punkte, die für mich unverrückbar sind. Der eine Punkt ist, ich miche mich als Landesregierung nicht ein in Tarifverhandlungen, weil die Tarifautonomie für mich ein hohes Gut ist. Trotzdem sage ich an dieser Stelle, wir müssen trotzdem überlegen, ob wir nicht mit Steuermitteln den Versuch machen müssen, an dieser Stelle Hilfestellungen zu leisten, wenn Tarifabschlüsse ein Ergebnis haben, die letztendlich dazu führen, dass der Beruf auch an dieser Stelle nicht unbedingt attraktiv ist. Klammer auf. Ich habe zumindest an manchen Sachdiskussionen in dem Bereich der Berliner Gespräche von den letzten Wochen teilgenommen. Dort gab es für all diejenigen, die an diesen Gesprächen teilgenommen haben, einen Konsens an dieser Stelle, auch Steuermittel in die Hand zu nehmen. Ich gehe einmal davon aus, dass es an diesem Punkt auch in Zukunft entsprechende Entscheidungen geben wird. Nr. 1. Was hat das Land an dieser Stelle noch für Möglichkeiten? Wir müssen unterscheiden zwischen der Fragestellung von ambulant und stationär. Nach wie vor werden rund drei Viertel der pflegebedürftigen Personen in den Familien versorgt und gepflegt, mit und ohne Unterstützung von Pflegediensten. Hier wird sicherlich – das werden wir zu Beginn des nächsten Jahres auch auf den Weg bringen – die Verordnung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Unterstützungsleistungen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Familien dort mit unterstützt werden können, und zwar in einem ganz gestaffelten System, sowohl von denjenigen, die momentan bereits auf dem Markt tätig sind, bis hin über gewerbliche Anbieter unter Einzelpersonen, aber auch immer unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Menschen, die zu pflegen sind, unter dem Gesichtspunkt des Schutzes für diese Personen, auch mit einer entsprechenden Qualifizierung an dieser Stelle. Spannend ist, dass die Anwürfe, die zum Teil gegenüber der Hessischen Landesregierung heute auch geäußert worden sind, kein Thema im Landespflegeausschuss sind. Keinerlei Thema im Landespflegeausschuss. Wir hatten in der letzten Woche, glaube ich, die 67. oder 68. Sitzung des Landespflegeausschusses, in der dann auch der Pflegemonitor vorgestellt worden ist. Es war merkbar, dass wir gemeinsam nach Wegen und Überlegungen ringen, welche Chancen wir überhaupt haben, an dieser Stelle Einfluss zu nehmen und entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen. Im Landespflegeausschuss gibt es kein einziges Thema über die Frage der erhöhten Schulgeld. Es gibt kein einziges Mal eine Diskussion über die Fragestellung nicht vorhandener Ausbildungsplätze. All dies ist dort kein Thema. In diesem Landespflegeausschuss sitzen diejenigen, die aus den unterschiedlichen Gesichtsweisen heraus die Sache vertreten, der zu pflegenden oder der Institution. Wenn man an dieser Stelle noch hört, wir würden nichts machen, das zeige ich noch einmal. Wir haben immer so viele Plätze in den Schulen, wie nachgefragt wird. Wir müssen auch nicht erklären, wir machen jetzt noch 1.000 Plätze mehr und hinterlegen sie mit Geld, um zu zeigen, wie wichtig das ist, sondern wir geben die Garantie ab, jeder, der einen Ausbildungsplatz hat, bekommt auch einen Schulplatz. Er bekommt ihn finanziert, und das Schulgeld ist auch sichergestellt. Ich finde, das ist eine ganz weitreichende und wichtige Aussage. Im Übrigen haben wir in der Zwischenzeit über 5.400 Auszubildende in unseren Pflegeschulen. Das ist ein historischer Höchststand. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der SPD Zweiter Punkt. Wenn die Fragestellung der Unterschiedlichkeit zwischen Krankenpflege auf der einen Seite Krankenpflegeschulen und Altenpflegeschulen hier zum Thema gewesen ist, ist das ein deutliches Plädoyer für die generalistische Ausbildung. An dieser Stelle sind 16 Bundesländer oder Länder der Bundesrepublik Deutschland unisono, egal welcher Couleur den jeweilig zuständigen Ministerin oder Minister setzt, einhellig der Meinung gewesen, dass die Generalistik an dieser Stelle zur Attraktivitätssteigerung dieses Berufs beiführen kann. Wir setzen sie um. Sobald wir das grüne Licht über den Bundesgesetzgeber bekommen, warten wir darauf. Meine Gespräche mit den Krankenpflegeschulen waren so, dass sie sich inhaltlich darauf einstellen. Aber es ist nicht nur die Fragestellung von staatlich. Wir brauchen auch den Markt. Ich sage das sehr deutlich. Wir brauchen auch den Markt. Ich stimme meiner rheinland-pfälzischen Kollegin Frau Betzing-Lichtenthaler ausdrücklich zu, die heute vor dem BPA-Bundeskongress in Rheinland-Pfalz gesagt hat, ohne freies Unternehmertum werden wir in Zukunft die Herausforderungen in der Pflege bei der demografischen Entwicklung unseres Landes nicht bewältigen können. Ja, wir brauchen es. Übrigens, Frau Betzing-Lichtenthaler ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und keiner anderen Partei. Insofern sieht man, dass es an dieser Stelle ausgesprochen wichtig ist. Das Nächste ist die Fragestellung, was wir eigentlich in der Fragestellung von Werbung machen. Das kann ich Ihnen relativ deutlich sagen. Es war schon frühzeitig – ich glaube, das war eine meiner ersten Aktionen als hessischer Sozialminister –, dass ich mit dem BPA eine Initiative gemacht habe, indem wir in den Abschlussklassen für die Ausbildung gewonnen haben. Das haben wir nicht aufgehört, sondern wir machen in der Zwischenzeit die sogenannten Gesundheitscamps. Die machen wir mit Ausbildungs-, mit Schulen, mit anderen. Da danke ich dem Kultusminister ausdrücklich für die Kooperation. Wir haben ein Gesundheitscamp gemeinsam im Hufelandhaus besucht, in dem wir 14- und 15-Jährige bereits dahin gehend führen und zeigen, welche Möglichkeiten und Chancen im gesamten Bereich der Pflegeberufe vorhanden sind – von der kranken Gesundheit bis hin zur Altenpflege. Da kommen die Schüler und lernen erst einmal ein Verhältnis zu diesem Beruf kennen. Da fangen wir frühzeitig an. Das ist eine Initiative, die von unserer Seite heraus läuft. Das Nächste ist – Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen – wir haben als Hessische Landesregierung gemeinsam – an dieser Stelle ist das auch ein wichtiger und guter Kooperationspartner mit dem BPA – das ZIP gegründet. Das ist das Zentrum für Anwerbung und Integration ausländischer Fachkräfte in Pflege- und Gesundheitsberufen. Frau Schott, wir können doch nur versuchen zu werben. Wir können uns die Leute ja nicht backen. Das ist eine spannende Sache. Wenn man auf der einen Seite permanent der Überzeugung ist, dass ausschließlich das Abitur die erstrebenswerte und einzig gültige Schulabschlussform ist und sich gleichzeitig dann wundert, wenn jemand Abitur hat, dass er möglicherweise lieber in die Universität geht, als eine Ausbildung als Altenpfleger zu machen. Da muss man sich nicht wundern. An dieser Stelle müssen wir umdenken, meine sehr verehrten Damen. Wir müssen umdenken. Da müssen wir natürlich auch den Abiturienten Karrierechancen in diesem Beruf eröffnen. Das machen wir, indem wir versuchen, an dieser Stelle der Akademisierung auch Vorschub zu leisten. Aber das nutzt nicht. Wir brauchen auch denjenigen, der mit Empathie, mit Zuwendung den Menschen in einer stationären Einrichtung pflegt oder die verlegene Familie in Form eines ambulanten Dienstes mit unterstützt. Sonst funktioniert das an dieser Stelle überhaupt nicht. Insofern ist der nächste Punkt Entbürokratisierung. Ja, wir haben in Hessen den Modellversuch gemeinsam mit – ich sage jetzt noch einmal immer – den alten Begriff Heimaufsicht und dann den medizinischen Dienst der Krankenversicherung in der Frage des Abstimmens von Kontrollbesuchen, von Untersuchungen und anderem mehr. Das hat im Übrigen auch in Mülheim stattgefunden. Auf der einen Seite müssen wir immer das Verhältnis zwischen Vertrauen und Kontrolle wahren. Weil die Fragestellungen, die zuerst gekommen sind, als es in Mülheim auf die Tagesordnung gewesen ist, welche Versäumnisse sind seitens des Landes vorgewiesen. Es war nicht eine Fragestellung, welche Verantwortung hat der Träger, was haben einzelne Mitarbeiter gemacht. Die erste Frage war gewesen, welche Versäumnisse sind seitens des Landes da gewesen. War es eine nicht zu engmaschige Untersuchung? War es zu großmaschig? Wie sieht das aus? Und im gleichen Umfang, stellt man sich hin, spricht von Vertrauen und der möglichen Freiheit für den einzelnen Betreiber. Das ist immer eine Gratwanderung. Ich muss Sie an die Redezeit erinnern, der Fraktion. Diese Gratwanderung nehmen wir auch gerne an. Insofern sind wir auch da sehr selbstbewusst, indem wir sagen, ja, in diesen Abstimmungen sowohl von MDK als auch von Heimaufsicht, also Betreuungs- und Pflegeaufsicht, sind wir auf einem guten Weg. Wenn Sie den Kabinettsbeschluss seitens des Haushalts 2018 und 2019 sehen, sehen Sie darin auch noch einmal ein neues Programm, nämlich Sozialwirtschaft integriert, angelehnt an das sehr erfolgreiche Programm Wirtschaft integriert. Mit diesem Programm, mit insgesamt knapp 10 Millionen € ausgestattet, werden wir insbesondere den Bereich derjenigen, die zu uns als Flüchtlinge und Asylbewerber gekommen sind, in den Blick nehmen, um sie für diesen Beruf zu integrieren, was wir im Übrigen auch schon gemacht haben. Denn neben der Fragestellung, das war eines der entscheidenden Punkte, dass wir gewusst haben, dass es hier noch eine Möglichkeit und Notwendigkeit von Sprachförderung gibt, haben wir allen Altenpflegeschulen zusätzlich 160 Stunden Sprachunterricht, damit die Integration schneller gelingen kann, finanziert. Das, was wir als Landesregierung machen, machen wir mit vollem Bewusstsein, dass es eine spannende und wichtige Aufgabe ist. Aber zu sagen, wir würden die Augen vor dem Problem verschließen, wir würden keine Maßnahmen ergreifen, ist schlicht und einfach dahergesagt, ohne Inhalt und ohne Sinn. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. – Es gibt noch eine Wortmeldung von Frau Kollegin Schott. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Minister! Sicher ist es richtig, dass Sie sich nicht in die Tarifverhandlungen einmischen. Das ist auch gut so. Aber richtig ist doch auch, dass wir eine Situation haben, wo wir politisch mitdefinieren, wie viel Geld in diesem Topf drin ist, aus dem das kommt, von dem am Ende die Löhne der Menschen bezahlt werden, die dort in den Einrichtungen sitzen. Das kommt aus dem Pflegetopf. Jetzt haben wir eine Situation, in der wir überlegen müssen und entscheiden können, wie viel Geld in diesen Topf rein geht. Das wird politisch darüber definiert, wie man die Beiträge zusammensetzt. Daher kommt doch ein Teil der Verantwortung, die wir politisch tragen und die wir auch tragen müssen. Es ist doch nicht so, dass die Mehrheit der Einrichtungen – da nehme ich nicht einmal die Privatwirtschaftlichen aus – ihren Leuten nicht gerne mehr bezahlen würden, wenn sie denn könnten. Die Pflegesatzverhandlungen laufen doch aber so, dass das Budget so eng ist, dass es an der Stelle richtig schwierig wird. Warum ist das so eng? Weil wir eine Teilkaskoversicherung bei der Pflege haben, in die wir eben nicht genug reintun, damit am Ende die Löhne gezahlt werden können, die an der Stelle korrekt wären. Deshalb tragen wir da auch politische Verantwortung. Die andere Geschichte ist die, dass wir uns anschauen müssen, wie wir mit den Pflegekräften umgehen. Natürlich kann man die nicht beliebig vermehren. Aber wenn wir wissen, dass ganz viele in Teilzeit arbeiten, weil das für die Arbeitgeber und hier vor allen Dingen für die, die ambulant unterwegs sind, einfach sinnvoller ist, dann müssen wir uns auch noch einmal überlegen, müssen wir da nicht schauen, dass wir Strukturen schaffen, dass wir eben nicht so viele Menschen in Teilzeit haben, die das vielleicht auch gar nicht wollten, sondern die auch gerne eine volle Stelle hätten, wo sie auch ein Einkommen erzielen würden, von denen sie tatsächlich leben können. Wir müssen auch noch einmal schauen, warum Arbeitsbedingungen so sind, dass wir Menschen so verschleißen, dass sie eben nicht bei guter Gesundheit bis in den Ruhestand kommen, sondern vorher freiwillig in Teilzeit gehen oder aus dem Beruf ganz ausscheiden. Da verlieren wir einfach zu viele. Wir verlieren auch Menschen unterwegs, die sagen, nein, unter diesem Druck kann und will ich nicht mehr arbeiten mit der körperlichen und psychischen Belastung. Ich gehe lieber in irgendeinen Supermarkt und räume Regale ein. Da weiß ich, wann ich anfange, wann ich aufhöre, verdiene wenig Geld, aber ich habe auch wenig Verantwortung und komme aus diesem Druck heraus. Da müssen wir doch zusehen, dass wir Arbeitssituationen schaffen, die eben nicht so druckbelastet sind, damit es aufhört, sich an der Stelle als Katze in den Schwanz zu beißen. Ich habe Ihnen auch noch nie einen Vorwurf oder irgendetwas daran kritisiert, dass der Deckel bei der Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Schulen weg ist. Das ist gut. Da, wo es gut ist, kann ich es auch anerkennen. Aber Sie müssen schon zugeben, dass die Ausfinanzierung der Schulen, auch wenn das an einer Stelle einmal angehoben worden ist, dafür ist es an einer anderen Stelle wieder ein bisschen gekürzt worden. Ein bisschen hat das schon etwas von einem Taschenspielertrick, eben nicht auskömmlich für die Schulen ist. Sie sagen, es wird hoffentlich besser werden, wenn wir die generalistische Ausbildung bekommen. Ich habe da meinen Zweifel. Ich glaube auch, dass wir mindestens in einer Übergangsphase so schwierige Verhältnisse bekommen, wenn man das nicht sauber eintütet, dass wir massenhaft Menschen in der Altenpflege erst einmal in der Ausbildung verlieren werden. Wenn wir uns darauf nicht einstellen und damit nicht umgehen und nicht sauber hingucken, wie wir diese Übergangsphase gestalten, und alles, was ich bisher von Ihnen gehört habe, hatte wenig damit zu tun, das sauber zu gestalten, sondern es hatte eher so ein Duktus von, na ja, da müssen Kooperationen zwischen den bestehenden Schulen und den bestehenden Ausbildungsbetrieben geschaffen werden, und das war es dann. Herr Minister, das wird nicht die Lösung sein, denn das wird bedeuten, wir werden Menschen verlieren, und zwar richtig viele Menschen verlieren. Davor habe ich wirklich Angst, und diese Übergangsphase muss gut und sauber gestaltet werden. Wenn ab am Ende das herauskommt, was man sich davon wünscht, nämlich eine Anhebung der Wertigkeit des Altenpflegeberufs, wage ich auch noch zu bezweifeln. Denn das Geld, das eine Gleichstellung schafft, kommt nicht von selbst. Wenn das Geld, das die Gleichstellung schafft, dass man nämlich wirklich die Altenpfleger bezahlt wie die Krankenpfleger, so leicht herbeizubringen wäre, dann könnte man es auch ohne diese Reform herbeibringen. Das kann mir aber niemand zeigen, wie das gehen soll. Deswegen glaube ich noch nicht an das Wunder, wir schaffen eine Reform, und dann kommt automatisch das Geld hinterher. Da habe ich noch die allergrößten Bedenken. Ich hoffe für alle Beteiligten, dass es so ausgeht, wie sich die, die das Gesetz gemacht haben, es sich wünschen. Ich sehe es aber noch nicht, und von selbst wird es nicht kommen. Ich sehe auch noch nicht, dass es hier die entsprechenden Debatten gibt, wie man diesen Übergang sauber hinkriegt. Die Ängste der Schulen werden an uns alle herangetragen. Die sollten wir ernst nehmen, und die müssen wir ernst nehmen. Da kann ich Sie nur noch einmal dringlich bitten, das zu tun und sich entsprechend zu kümmern. Danke, Frau Kollegin Schott. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann überweisen wir den Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend mehr Personal für mehr Qualitäten der Altenpflege, Drucksache 19-54-13, mit Tagesordnungspunkt 77, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Grün betreffend Herausforderungen der Pflege gestalten, pflegebedürftige, pflegende Angehörige und Pflegekräfte unterstützen, in den SIA.